Schön, dass du auf Familienrecht bei Michael Langhans hereinschaust. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist, ich habe zwölf Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und hatte dann vor vier Jahren die Idee, den Kanal Activi News zu gründen, vor allem um dort kostenfreie Rechtstipps, Verteidigungsmöglichkeiten, Strategien, insbesondere im Familienrecht zu publizieren. In diesen vier Jahren ist der Kanal gewachsen, gewachsen, gewachsen und er ist langsam unübersichtlich geworden. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass die Videos von dort in einen eigenen Kanal, in einen Themenkanal ausgegliedert werden, sodass jeder sofort erkennt, hier ist der Kanal für die familienrechtlichen Themen, damit ihr die Videos auch viel einfacher findet. Ich meine, ein Kanal mit über 1000 Videos, das ist bisweilen schwierig, den Überblick zu behalten. Und das wird jetzt hier auf diesem neuen Kanal viel einfacher werden. Hier wird es wie immer regelmäßig neue Videos geben, vielleicht auch Livestreams, schauen wir mal. Es wird vor allem aber auch eine Migration der alten Videos hier rüber geben, sodass alles gemeinsam ist. Manche Videos werde ich einfach auch nochmal neu aufnehmen. In den letzten vier Jahren hat sich viel getan, sowohl rechtlich als auch tatsächlich. Die Erkenntnisse sind weiter, die Art Videos zu machen sind auch natürlich durch die Routine etwas gewachsen. Auch die technischen Möglichkeiten sind inzwischen größer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch diesen neuen Kanal abonniert und regelmäßig mit mir diskutiert und mir mitteilt, welche Themen neu oder besser besprochen werden müssen. Denn nur gemeinsam kann das, was für euch relevant ist, hier erörtert werden. Ich möchte euch Tipps mitgeben, wie ihr euch im Gericht verhaltet, wie ihr vielleicht auch mal aus Sicht der Gegenseite des Jugendamtes eine Situation seht, wie ihr mit einfachen Möglichkeiten Verfahren so gestalten könnt, dass sie in eurem Interesse passiert. Ich werde euch Tipps geben, die euch euer Anwalt nicht gibt. Ich werde euch versuchen, Probleme von beiden Seiten zu gestalten, damit ihr nicht mehr das Gefühl habt, hier hoffnungslos unterlegen zu sein. Schaut einfach mal rein. Ich freue mich.